me mario jungs ich sehe ich sehe uns da ich sehe uns auf dem so cleanen win das glaubt ihr gar nicht auf dem absoluten gegenteil wir nehmen jetzt das spiel und gewinnen es und schmeißen sie die sonne rex support guck mal da ist so eine map jungs das kann nur gut werden was für eine map eine gute map aber ich kenne die nicht der die im moment im mappool sind ist es eine gute schlafbereich ja da gehöre ich auch hin heißt das schlafbereich ja geil im englischen heißt das bank und daycare das ergibt ja absolut keinen sinn hier ist das schlafbereich und kindertagesstätte ja daycare ist kindertagesstätte und bank ist halt bankbetts gemeint bankbetts? äh doppelbetten wie nennt man das im deutschen? scheiße hey! nee das sehe ich anders das sehe ich anders hey bitch do you really really want to go out war abschaum nee da hätt ich lieber das lamm geben sie mir lamm hey spielst du nebenbei Döner-service oder was? sag mal ich hätt lieber lamm nee ich hab mir grad einen neuen held gekauft boah ich hätte aber auch gerade Bock auf nen Döner boah ja ne ich wär viel mehr bei pizza dabei boah Chris wieso 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 musst du sowas sagen aber bei pizza alter ich hab jetzt noch einen Döner gegessen erz der natur schatten boah ich hätte jetzt auch Bock auf pizza alter boah beziehungsweise ich hab heute sucht na fast Döner wir hatten noch Gyros und äh bratenes Gemüse da und das hab ich mir dann mit Fladenbrück ballert mit äh Knoblauchsoße und Barbecue Halt's Maul bitte aufhören über Essen zu reden Chris da will keiner wissen der dann sagt Leo wir sollen schlecker laden und dann hätt ich auch was ah guck mal guck mal wir mussten nur meckern wir müssen nix in den Shop kaufen schlecker laden soll der Leo schlecker die gibt's doch gar nicht mehr brrrr so ich mach hier auf alle aus dem Weg sonst kriegt die Kugel im Kopf hab wohl da gibt'r ich musste irgendwas gegen meinen Till tun du hast kal mondo wie lang so wie du so rechts links also hätten wir das geregelt hast du dir jetzt auch noch weggeknallt tschuldigung da hab ich gar nicht schnell genug das wegzony aber __ şey temperatures Weil ich's rausgetappt bin. Jungs, ich wollte hier eigentlich gewinnen! Ich hab doch gesagt, er wird nichts bei mir voll. Tut mir leid, Derby, ich konnt's nicht mehr wegmachen. Ich war rausgetappt, hab's geschmick gesehen. Hab nicht damit gerechnet, dass du mich auch einmal abknallst. So rücksichtslos von hinten. Sehen sie nun da, wo darf es? Wie er den Engel hält. Warum sind jetzt eigentlich drei tot? Weil ich den Smoke umgeschossen habe. Aber Luke hatte währenddessen... Nein, das ist jetzt der einzige, der noch die Runde gewinnen könnte. Nein, raus mit dem. Oh, was mit Dave? Raus mit dem. Boah, Chris, das find ich jetzt aber gut. Okay, komm Dave, wenn du dille, was dann, dann kick ich ihn. Raus mit dem. Mach, mach, mach ein Kilo, wie ich das setze. Du kannst das ja bewegen, scheiße. David, ja, ja, lass den Typen kicken, ja. F5. David, wirf ihn raus. Links von dir. Links von dir, immer noch. Da, David! Geil, komm, Hussi, die Hussi! David! Auf seinen Klöten, aber nicht auf dem Kopf. Ja, gut. Können wir jetzt mal raushelfen hier? Ja, hier, komm. Tschüss. Raus mit den Viechern! Was Anonymes? Warum war Anony... Ich hab Ja gedrückt, meine Freunde. Anonymes. Du Werner, die sind noch mal rausgekommen. Was war Anonymes? Ich hab auch Ja gedrückt. Da, so, komm, hier, jetzt. F5. F5. Schmeißt den Typen jetzt endlich raus? Ja! Nein, jetzt kommt der Nächste! Nettkit. Ja, den müssen wir drin lassen. Nettkit? Ich kann nicht mehr kicken. Ah, scheiße. Ich kann auch nicht mehr kicken. Können wir einfach immer weiterkicken? Nee. Nee. Du kannst nur einmal pro Game einen Kick machen. Also, du kannst anfangen zu voten. Ob da wir gerade irgendwie immer verkackt haben, ist immer Anonymen... ... 50. Minus 40 minus 100. Oh Gott, so sieht das gut aus. Hey, ich bin... Neutral, immerhin. So, Leo. Jetzt lässt du mich hier mit in die Löcher reinmachen. Alles ruhig. Alles ruhig. Oh Gott. Wo war's eh? Warum kannst du meine Schilte nicht hinstellen? Wie kannst du die machen? Warum nicht? Was ist hier? Dass ich das nicht wieder reinstellen kann. Ja, warte. Dann musst du ein bisschen weiter aufbauen. Dann kannst du das reinstellen. Chris? Nein, hier. Guck mal, wo ich stehe. Ich kann das hier nicht hinstellen. Weil du auf so einem Teppich stehst. Baby? Das ist doch egal. Hier kann ich das hinstellen auf dem Teppich. Stark, Dave. Bitte. Achso, ja. Ich bin Stark. Oh Gott. Ihr braucht meine Reinforcements nicht, oder? Ich hab auch noch Reinforcements. Lass mal kurz Zeit. Ich hab auch noch zwei, ne? Geil. So. Kein Gadget benutzt. Ich auch nicht. Sehr gut. Oh. Die sitzt absolut schlecht. Ah, guck mal. Jetzt fallen die an. Wir haben sie anscheinend angesprochen. No Ace. Ja. Das dachte ich mir auch so. Mist, jetzt kann ich keinen Ace mehr machen. Nein. Fuck you. Das Spiel ist ab 18 hier. Darfst du... Ne? Beleidigen. Swiren. Nein, wie heißt das? Ach, keine Ahnung. Weiß jetzt nicht meiner. Der ist doch beleidigen, will er nicht? Ja. Man nennt's auch Fluchen. Danke. Hinten ist ein Blitz. Wo ist hinten? Da. Da jemand gedroppt? Aber es gewittert doch gar nicht. Weißt du, manchmal würde ich da aber am liebsten einfach mal... YOLO! Dead. Ah, schade. Geil ist es? LOL! Leo, du hast dich getötet, nachdem du gestorben bist. Echt? Ja. Dein Kobi hat dich noch getötet. Oh, der hat mir direkt ne... Pfff. Anlack, irgendwie. Stark, wo ist der letzte? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ah, da auch hinten durch. Auch hinten durch. Ja, easy. Karamellmann war das. Ha! Die Nate kam nicht rechtzeitig. Doch, da flog die Nate. Und da kam der Chris. Hi. Chris... Ja, David. Ich hab dich gesehen. Null geht's. Das war dein Ace. Das wäre fast meine Ace gewesen. Ich hab Hammer. Das ist schön. Ich hab Ratatatata. Oh ja, das ist gute Idee. Weil du Ranta-Dlan heißt. Haha. Deja Vu, I've just been in this place before. High on the range and down on the board. Jedes Mal, wenn David Rainbow spielt, irgendwie kenn ich die Map doch. Wait a minute. Oh, kaufen. Oh, immer noch gute Handy spielen. Guts. Keule. Ja. Ja, Leo muss dein Magazin noch einzeln auffüllen. Jede Patrone einzeln auffüllen mit dem Gürtel, Alter. Bei Unterstud? Anrestud, nicht Andersstud. Das ist was anderes. Was? Das ist irgendwas Schwedisches. Das war Anrestud, nicht Andersstud. Ich hab gar nicht in den Chat geguckt. Funi. Schreib mal auch anders. Schreibt man so. Nein, schreibt man so. Es kommt irgendwas, was frisch. Frisch. Oh, frisch sollte das heiß sein. Haha, funny frisch. Das ist nicht lustig, aber funny. Ja. Drug, aber die sind unten. Dass uns noch keiner den Zugang zum Internet weggenommen hat, ne? Hey, Chris, wir bereichern das Internet. Ja, wir bereichern. Ich hab grad voll aufs Mikrofon gesappert. Was? Hast du denn dein Mikro eigentlich auch einen Top-Shot? Hä? Scheiße, auf Safer Sex, Alter. Da wird so reingenutzt. Ich würde sagen, das ist doch mal die kludge Musik, weil ich kein Sex halt. Hast du jetzt mal die Fresse halt wieder? Oh, Luca, das ist halt Schnauze. Ah, okay. Loll, der Typ hat's selbst umgebracht, weil er das Friendly-Fighter-System nicht versteckt. Alter, lass mal, lass mal, lass mal alle Story schreiten und ich plante, was haltet ihr davon? Wenn du vorgehst, ich hab Smokes. Fast getroffen. Alter! Irgendwo wurde aufgemacht. Wo oben? Ja. Headdy. Nee, kein Headdy, aber fast. Ach so, ich hab Ferdi verstanden. Sind da oben immer noch Leute? Keine Ahnung, Leo geht auch nochmal sicher. Alter, Leo. Ich geh hier rein? Oh. Ich würd hier gerne rein. Der chillt, keine Ahnung, der. Ich seh ihn nicht. Achtung, David, er ist da. Ja, er ist einmal durchgelaufen. Er ist links. Alles, was wir haben. David, ich will, hab den geblendet. Jetzt kann ich da nicht reinspringen wegen deinen Granaten. So, jetzt aber. Der ist links. Ich konnte ihn nicht töten wegen deinen Granaten. Aber ich bin hier schön hinterher gelaufen, Chris. Wir sind nicht weit im Boden. Oh. Ich hätte ihn so... Leute, er war nicht geblendet. Aber David, du hättest ihn ja wenigstens holen können, ne? Ja, du, der hat einfach weiter geschossen. Leo, steh auf. Leo, steh auf. Oh, stimmt. Kann er aufstehen. Ich glaube, er hat dich. Press, Baby. Hi, HP. 5. Da... Schieß! Oh, du bist es, Leo. Mach grad Spaß. Schieß auf, Leo. Oh, Leo. Boah, du bist es, Leo. Du bist es einfach. Du bist es. Easy. Es war... Leos Plan war einfach das Ratata. Ganz wie in seinem Namen. Rantantant. 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 Ja. muß genug. Ich möchte gerne, dass du beim nächsten Mal die ganze Zeit die ganze Zeit Rantantantant н Hintantann sagst. richtige. Die haben sich alle gegenseitig umgekillt. Umgekillt. Ja wahrscheinlich. Ey Leute, ich hab 4 kills. Ne, das eine ist Squad. Leo, du trägst uns halt ein bisschen. Das tote Buch nggak richtig so. Na, wer die Runde wohl war ... David, und diesmal läst du das mit den Granaten bitte? Ich dachte, wir werfen da jetzt einfach alles rein, also es sah so aus und ich dachte, mach ich mal mit und dann war es natürlich falsch. War ja einfach gar nichts mit. Besser ist es. Edel, ich hab Rotten auf meinem Arm. Gut, dass mir jetzt das auffällt. Wann hab ich das letzte Mal genossen, Jungs? Oh Gott, vorgestern. Das hat seit drei Tagen der Scheiß da schon. Vorgestern, seit drei Tagen. Ja, ich hab die Bombe gefunden. Also, die... Dings läuft nach oben. Haben wir Hartbreach? Ja, ich hab'n Hammer. Okay, David, du haust so ein Reinforcer Warmer kaputt, ne? Ja, Mann. Gib mir ein paar Versuche. Ist richtig spannend gerade. Ja, Leo hat sich Mühe gegeben. Oh, David, du hast nen Hammer, ne? Ja, ich hab'n Hammer. Okay. Ich hab'ne Kugel, die ich werfen kann. Ich seh' dich da auf'n Home-Run-Schlag. Okay. Das funktioniert niemals. Ey, du hast sogar... Guck mal, da rollt sie. Da rollt sie. Warte, nochmal, 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 nochmal. Au. Ich seh' gar nicht. Ich will auch mehr. Das ist doch... Das ist doch richtig so die Granate! Nein, nein, gerade! Nein, nein, gerade! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Boah! Dann gibst du einfach nen Headshot, die das jetzt will. Ach du! Stark! Und triffst doch nicht mehr's richtig. Woher hatte ich dieses friendly Fire-Ding? Ich hab' versucht zu fixen, aber es ist zu mir leid. Aber Nedkin ist voll dabei. Scheiße! Ich hab'n Headshot getroffen. Ich dachte, bevor du mir eine reinwürgst, probier' ich's nicht umzubringen. Aber ich wollte Chris umbringen und hab' mich selbst getötet. Nedkin heckt sich jetzt auf. Was mach' ich hier? Ich hab' den Kopf geschossen. Uwe, Uwe! Uwe, alter Uwe, da... Da gug' ich einmal nicht drauf. Ey, du weißt, dass du jetzt tragen musst, Uwe, ne? Uwe, du bist der letzte von uns, der lebt. Ach, hey komm, du hast schon den goldenen Mega-Penetrator im Arm. Alter, wie langsam die Zoom... Ey, das ist ja richtig anstrengend. Na vor allem, das ist noch das weit entfernte Zoom, der Nase-Zoom. Da siehst du gar nichts, Alter. Du kannst dir kakerlaken beim Sex zu gucken. Der weit entfernte Zoom. Ja, guck, warte, so mal ran, Uwe. Ja, jetzt ist doch für das weit entfernte Otto. Das ist deine Mutter. Das andere war für das Nahe. Jetzt ist für weit entfernt. Egal, damit kannst du auf jeden Fall kakerlaken. Schreiben das nochmal. Irgendwie ist Netkit der einzige ohne Warndreieck. Der macht was falsch. Der ist ja auch schlecht. Die anderen haben aber auch drei Warndreieck. Die wissen halt, wie das Spiel funktioniert. Aber wir sind besser, wir haben vier. Haben die jemanden, der roamed? Ja. Keine Ahnung. Ja. Ich sehe dich auf jeden Fall. Wir gucken dir alles an. Ja. 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 Das ist ein Scheiß, also. Fast. Uwe, eins gegen drei Klatsch, 20 Sekunden Zeit. Kein Stress. Danke, Boys. Hab ich aber auch nicht gesehen. Das war sogar auf der Innenseite. Also auf unserer Seite. Nein. Hier war das, man yeetet nur einmal. Man yeetet Däume. So, jetzt gewinnen wir das easy. Kein Thema, fertig. Ja komm, jetzt streben wir uns nochmal an. War grad zu einfach. Ähm, spielen wir alle ratatatata? Ich spiele ratatatata. Same. Na gut, ich auch. Wie ist ein ratatatata-ging? Ja, ratatatata und Montagne. So, wir laufen da jetzt einfach rein. Alle, alle hinter Montagne. Ohne Montagne zu töten. Weil da töten wir uns selber. Ja, schau. Ja, boah. Jetzt, jetzt aktiviert jeder von uns einmal Hardmode und schießt der Montagne erstmal in den schönen Rücken. Oh. 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 Erster. Ich finde die andere nicht, Kappa. Hat doch. So machen wir das jetzt. Probieren wir das jetzt echt taktisch anzugehen oder? Ja. Okay. Okay. Ich spawne Teacups und will über Kaffee reingehen. Ich hab hier Spaß mit dem Kafka. Ach, schade. Ey Leo, ich spot mal, damit sie auch gar nicht auf die Idee kommen könnten, dass so eine Drohne ist, ne? Oh. Oh. Next Level. Jetzt ist er beleidigt. Oh. Oh. Ha. Ich hab es. Du hast gleich komplett die Kontrolle verloren. Orientierung. So. 1 zu 1 das gleiche. Kontrolle und Orientierung. Alter, wir waren bitte. Reloaded. Ganz was. Kann ich oben rein füßen? Nein, nicht so. Ja, können wir machen. Alles mal machen. Oh, da ist er. Wir müssen oben nur erfolgreich reingehen. Fick dich doch. Weißt du, der ist genau dann, als ich aufgehört habe, als ich aufgehört habe zu schießen, ist er mir zu Postmusik gelaufen und dann hat er geschossen. Ah. Gut, dass ich ratatatatata. Oh, der Uwe, der one tappt einfach. Obwohl er ratatatatata. Ja, nee, das war mein Assist. Ach, du hast dir gedowned und Uwe dachte sich so, dass ich schnappuliere, dass ich mache. Ja, was? Nein! Oh, guck mal. Der hat irgendwie nicht so Lust aufs Spiel. Wo ist er? Bei mir halt. Der dachte sich so, ich mache ein Dickerchen. Oh. Oh, der Uwe ist wieder am Tragen. Cool. Aber wo war ich jetzt Leo mehr gegönnt? Wir haben alles gleich. Erstmal ins Urinal stellen. Ich hab auch gleich. So, ich geh singen, Jungs. Gib Gas. Ja, easy. 2, 1, 3. Ich war... Ich war's einfach. Challenge is completed. Komm, krieg ich ein Pack. Pack, 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 Pack. Nein. Oh, ich krieg sogar ein Pack, weil wir so gut gespielt haben. Und der Battle Pass müsste fertig sein. Oh, der Battle Pass ist fertig. Nice. Pack? Ich hab auch ein Pack bekommen. Da, ich hab jetzt Palate-ürgen so gemacht.